Abweichend auf Gleis 1-1 Achtung! Ein Hinweis für Gleis 2 Intercity Express von Stuttgart nach Berlin-Ostbahnhof fährt heute abweichend auf Gleis 1. Meine Damen und Herren, bitte vorsicht am Gleis 1-1-Miglenal-Equenz von Stuttgart nach Berlin-Ostbahnhof fährt heute abweichend auf Gleis 2 Intercity Express von Stuttgart nach Berlin-Ostbahnhof fährt heute abweichend auf den Gleis 1. findest du mit therein in diesem Rieren-Ostbahnhof fährt heute abweichend auf den Gleis 1. Abweichend auf den Gleis 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020